Mach mal den Regentanz wie eben, mein Süßer. Ach ne, das ist der Möhrentanz, nicht der Regentanz, das ist der. Bitte betanzen Sie wie in einer Waldorfschule erst mal das Stück Moorüber, damit es wächst und damit er richtig was im Maul hat. Oh Gott, hoffentlich hat er keinen Vitaminschock, weil das Stück davor hat er gefressen. Ob das so aufputschend wirkt? Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht beleidigen. Na gut, dann geh schlafen.